Und jetzt kommt Ohrenbär. Radiogeschichten für kleine Leute. Mit Wodi Lück um die ganze Welt. Eine Geschichte vom Wasser. Von Peter Nink. Wasser ist aus Tropfen gemacht. In dicken Tropfen tritt Wasser aus den Felsritzen heraus. Sacht plätschert es in einen Tiegel tief unter der Erde. Seit Jahrhunderten tröpfelt das Wasser hier und hat diese Vertiefung im Felsen ausgewaschen. Platsch, platsch, platsch. So geht es die ganze Zeit. Aber nicht alle Tropfen fallen sofort hinunter. Aber manche lassen sich Zeit und blicken erst einmal in die Runde. Vor allem die Jungen, die zum ersten Mal aus dem Gestein nässen. Wo sind sie hier gelandet? Und wer ist mit von der Partie? Mit wem wird man sich auf der bevorstehenden, ewig langen Reise unterhalten können? Vielleicht hat auch jemand eine Ahnung, wo es überhaupt hingeht. Oder wie es von hier aus weitergeht. Nicht weit vom Riss im Felsen, wo das Wasser heraustritt, hängt ein winziger Tropfen und schaut sich die Umgebung neugierig an. Schon bald gesellt sich ihm ein zweiter Wassertropfen hinzu, der gleich ein Gespräch beginnt. Hast dir ein schönes Plätzchen ausgesucht? Von hier hat man eine tolle Aussicht. Ja, antwortet der Erste. Ich gucke mir gern alles in Ruhe an. Will wissen, wo es lang geht und was als nächstes auf mich wartet. Bist du auch so kribbelig? fragt Nummer zwei. Also ich schon. Ein kleines bisschen. Komme das erste Mal hier entlang. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Ich heiße übrigens Blub. Tipptopp, dein Name, und echt nass. Ich bin Schwapp. Hm, Schwapp klingt saftig. Da hängen sie also nun. Zwei etwa gleich junge Wassertropfen und sind sich ein wenig unschlüssig. Sie könnten noch lange Zeit an dieser Stelle verweilen und zuschauen, aber sie wollen ja erfahren, wo man nachher weiterfließt. Plötzlich lassen sich zwei andere junge Tropfen neben ihnen mit einem lauten Chapeau nach unten fallen und kurzer Hand stürzen sich Schwapp und Blub hinterher. In der Tiefe sehen sie vor lauter Wasser keinen einzelnen Tropfen mehr, aber man hört sie quatschen und ulken und murmeln, wie ein Bächlein im Gebirge. Die Stimmen, die eben noch Chapeau gerufen haben, ertönen an Schwappseite. Wer seid ihr? fragt er. Und sie rufen durcheinander. Wir sind Plitsch und Pluff. Wir sind zum ersten Mal dabei. Ist das ein Spaß, nicht wahr? Und so aufregend alles. Da treiben sie nun im kristallklaren Wasser tief unter der Erde die vier Tropfen Schwapp, Blub, Plitsch und Pluff. Schwapp ist mulmiger zumute, als er zugeben mag. Zu Hause ist man unter sich gewesen, nur ein paar Wassertropfen in einer Kalkmulde tief in der Erde, wo jeder jeden kannte. Jetzt jedoch fühlt er sich geradezu überschwemmt und verwirrt vom Stimmengewirr der ununterbrochen murmelnden Wassertropfen. Plötzlich zieht es sie mit wildem Tempo an den Rand des Beckens und bevor alles Wasser durch eine Kerbe in die Tiefe stürzt, kann Blub noch rufen, »Lasst uns zusammenbleiben, Freunde!« Geschwind schmiegen sich Schwapp, Blub, Plitsch und Pluff aneinander und Schwapp fühlt sich gleich weniger allein. Plitsch und Pluff kreischen wieder ein lautes Chapeau. Das kristallklare Wasser stürzt aus der Wanne einen Erdriss hinunter, wo es glückert und schlürft. Dann strudelt es durch einen engen schwarzen Tunnel, an dessen Ausgang es sich als eine breite Kaskade in einen unterirdischen Fluss versprüht. Diesmal übertönen das tosende Wasser und ein tiefes Echo der gegenüberliegenden Felswand die Chapeau rufe und erst als der Fluss breiter und ruhiger fließt, kann man sich wieder unterhalten. »Hätten wir uns nicht alle festgehalten, wir würden uns nie wiedersehen,« murmelt Schwapp mit schwacher Stimme. »Ein Chapeau auf Blub, der diese plitschige Idee hatte! Jetzt bleiben wir die ganze lange Reise zusammen. Abgemacht!« kreischen Plitsch und Pluff. »Tipptopp!« seufzt Schwapp, erleichtert darüber, dass er Reisegefährten gefunden hat. Die Strömung kommt beinahe zum Stillstand und das Gemurmel der zahllosen Wassertropfen nimmt wieder zu. Manche scheinen sogar eine fremde Sprache zu sprechen, die Schwapp nicht versteht.